Ist da wieder der Typ, der mich da angreift worden ist? Weil das ist ne Mine hier? Yeah. Mine gebasht. Yeah, versorgt. Toll, mein Kopf ist verkrüppelt. Mein Kopf. Icke hier. Icke hier. Was hab ich mit Karpita? Körper, Teil... ...krüppelt. Ich hab grad meine Waffe weggesteckt. Hier sind Feinde? Oh Gott. Was ist jetzt mit mir los? Ach so, mein Kopf ist ja verkrüppelt, also muss ich glaub ich mal heilen, ne? Äh, äh, äh. Ich hab jetzt zwei Arztaschen verbraucht für meinen blöden Kopf, ey. Also ich hab jetzt in dem blöden Haus nachgefragt und ich muss wirklich die Straße einfach entlang latschen. Ich kann, ich würd gern irgendwas Aggressives, ey, Aufrechnendes machen und nicht so hier die Straße einfach entlang latschen, die da mal einen Riss hat und da wieder einen und dann verquert ist und weiß ich nicht noch was. Tut mir leid, dass das jetzt so kommen muss. Da hinten war ich doch auch schon schwul. Was ist da hinten? Also wirklich am besten da lang. Okay, da unten war ich ja auch schon mit der einen Karawane. Ja, da ist ein Rennball gewesen oder weiß ich nicht, irgendwas ist mir egal. War das, ach ne, das war aber anders mit den komischen großfroren Bullenviechern. Doch das war da, klar. Ne, war's nicht. Ich weiß nicht mehr, ist ja egal, ist ja wurscht, ist ja wurscht, ist ja lebwurscht. Es gibt hier so viel Gebiete zu entdecken, in voll out, hegge, 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 arm und blut ist weg, schau. Also ich werde jetzt einfach hier lang, weil ich weiter latschen und irgendwo einfügen im Bildschirm, wo man es überhaupt nicht sieht, wann ich wieder jetzt da angekommen bin oder wann irgendwas passiert. Meine Mutter hat mich nie gemacht. Ähm, ja, und, hey, was ist da hinten? Achso, ein Felsen. Bester? Felsen. Okay. Ähm, weil, das ist einfach bloß deprimierend. Man ist es ja bekannt, dass man einfach latschen muss wie ein, keine Ahnung, Wanderer. Aber, es wird doch noch besser später, wenn ich dann alles entdeckt habe. Das war aber in Fallout 3 genauso, da musste, da musste ich in der einen... Oh Gott. Ach, die schießen bloß. Ich dachte, da konnte einer auf mich zugerannt oder so. Voll brutal. Ich habe einen blauen Stein gesehen. Und ich höre immer Schüsse, das ist doof. Ja. Ist ja egal. Also jedenfalls wollte ich gerade erzählen, dass ich schon wieder müde bin. Und das ist nicht sehr... Wie sagt man, wenn was gut ist? Äh, also nicht gut, also negativ. Ähm, das ist nicht sehr... Einfach hier das Wort einfügen, wo ich gerade suche. Ähm. In Fallout 3 war es ja auch mal so. Ich glaube ich, in welchem End-On war das? Im... Drehten oder vierten? Nö, keine Ahnung. Ich weiß, das ist on nicht mehr. Ich habe es vergessen. Da musste man halt mit so einem Schiff... Das ist jetzt sicher am besten jetzt. Kurz stehen bleiben. So. Ähm. Das ist on war, da musste man auf so ein Schiff gehen. Und vor dem Schiff sagt so eine Frau, ja, hey, du da, hilf mir mal ein Kind zu finden. Weil das ist mit dem Schiff mitgefahren. Und jetzt vermisse ich es. Und es meldet sich nie bei mir und schwul und so. Und Toil und bla bla bla. Und weiß ich nicht noch was. Und, ähm, ist da wer? Nee, oder? Nee, das ist bloß so einen Strich da. Ah, ich kann hochgehen, cool. Ich bin cool. Ja. Ranger, Staten, Schalli. Schaui. So, was machst du denn da? Äh, das weiß ich auch nicht, ob du hier sein solltest, Alter. Na, ich gehe da nicht rein. Bestimmt gibt es da irgendwas ganz cooles und ich gehe da nicht rein. Also auf jeden Fall... Ah, lange R drücken, das Waffe wegstecken, cool. Also. Dann ist man bei dem Schiff angekommen und dann sagt so der, äh, Schiffführer... Ja, hey, nimm billiges Ticket nach, äh, wo mein Schiff hinfährt. Bloß für, ich weiß nicht, 100, äh, Grundkorken. Und dann fahr ich da mit und so und, ja, und der Käpt'n ist voll high oder so. Und der ist voll krass drauf, der Käpt'n. Und dann sagt er so, ich soll mal dahin gehen, wo das große Haus ist. Und dann war ein Anwesen, da war ein Ghoul drin, ich muss dem helfen. Der hieß Raoul, der Ghoul. Ghoul namens Raoul, der war cool, der Ghoul namens Raoul. Und, ähm, cool, schwul, schwul war er? Der, nee, das reime ich jetzt nichts an. Und, ist ja, egal. Und jedenfalls, dann musste ich halt dem helfen, dass er seinen Erzfeind irgendwie umbringt. Und dann war der voll gemein zu mir, weil der Ghoul seit 1000 Jahren lebt oder so. Und sein Erzfeind ist einem Kopf in einem Wasserglas. Genau wie in Futurama. Oh, Dinosaurier. Und, ähm, der ist echt ein Dinosaurier, oder? Cool. Und, jedenfalls, äh, Novak, ich bin da, cool. Okay, ich erzähle schnell weiter, bevor ich da bin. Ich gehe am besten im Kreis. Und, ähm, dann war ich halt da und hab halt das Ding durchgespült. Und am Schluss kam halt raus, dass, äh, ihre Tochter da an einem, ähm, geheimen, ähm, Stamm-Mitglied-Gang mitgemacht hat. Und die haben irgendwie die heilige, ähm, komische Frucht angebetet. Und die ist halt, die macht halt voll high, oder weiß ich nicht, was die macht. Und, es hängt. Es ist nicht gut, wenn es hängt. Dann kann ich nicht spielen. Ich will an Return-A-Man spielen. LOL. LOL. Du hast Roffel gesagt, Roffel, du hast LOL gesagt. Was ist er jetzt? Ist er jetzt kaputt? Wahrscheinlich ist er jetzt kaputt. Gut, dass ich nicht gespeichert habe. Ja. Ah, ja. Ich rede mal weiter. Nee, ich rede nicht weiter. Ich will jetzt das Spiel spielen. Jetzt fix. Ich kann auch nichts mehr machen. Ich starte. Ja, ähm, es hat einfach gerade so beendet. Ich weiß nicht, warum. Das ist noch nie passiert in meiner, äh, vierstündigen. Ich weiß nicht. Ich schau mal kurz nach, wie lange ich spiele. Ungefähr fünfeinhalbstündige, ähm, Spielzeit ist mir das noch nie passiert. Das ist einfach aufgehört hat, das Spiel. Sehr komisch, muss ich sagen. Sehr komisch. Ich werde jetzt auch auf den Grund gehen müssen. Und sie kotzt, oder fast, oder? Hallo. Sie ist auf jeden Fall nicht gesund. Haus in Nowak. Ist bestimmt jemand drin. Da ist jemand drin. Ach, da sind Ha... Nowak-Sündler drin. Äh, Sündler. Äh, Siedler. Toll. Was ist da hinten noch drin? No Bards Hütte. Ah, ja. Hier ist aber keiner drin. Okay. Ah, ja. Ganz normal, oder? Schlafen. Es ist 10 Uhr. Okay. Und, ich denke... Äh... Hör ich jetzt schon auf? Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon aufhör. Na gut. Mach ich nochmal ein bisschen... Mach ich kann nicht einfach so aufhören. Wo muss ich eigentlich hin? Ah, ja. In den Geschenklaut muss ich jetzt rein. Ich komm nicht rein, weil da ein Zaun drumrum ist. Äh... Und ich springe mit dem Zaun drüber. Einfach so. Und stecke jetzt hier fest. Lol, fail. Ich stecke echt hier fest. Ich stecke fest. Ich stecke fest. Ja, toll. Ist das jetzt cool, oder was? Ja, jetzt sei. Du bist auch bestimmt bloß ein Siedler, natürlich. Ich muss... Warum muss ich jetzt da rein, um... Muss ich jetzt da rein, um dem zu sagen, dass der scheiß ist, oder was? Warum muss ich jetzt da rein? Was soll denn das ergeben, jetzt, oder? Manny... Warum ist jetzt der da und der andere nicht? Was geht, Alter? Ich bin Manny. Ich habe eine Sicherheit für dich. Ah, ja. Du siehst eine Riefelbülle, die aus dem Dinosaurierkopf getötet. Du hast einen 50-50 Schuss von mir. Wovor schützen sie ihre Stadt? Du nimmst es. Alles, was in 1.000 Meter kommt, das sieht... Der große Schuss ist der Leibniz. Aha. Boone ist ein Sniper, genauso wie ich. Er war immer so... Nachdem wir rausgekommen, habe ich ihn mit ihm zu zutaten. Also, hier sind wir... Ich würde dich anrufen, aber, äh... Er ist mit Boones verstritten, ne? Und seine Frau und er streiten oft. Also Boones Frau. Okay. Also, er findet es gut, dass seine Frau verschwunden ist. Sie hatte keinen einzigen Freund im Anzenkopf. Sie waren in einer Gang? Das ist, äh, wieder so'n Ding. Äh, ich muss, äh, Informationen herausbekommen von dem Typen. Und ich klicke auch nicht langsam, dass ihr das mitlesen könnt, weil... Ja. Ja. Also, irgendwie braucht jeder mal ne Hilfe, irgendwie. Jetzt braucht der Typ meine Hilfe. Ja, red weiter, Arschloch. Ach, er muss die Straße im Auge behalten, ne? Also, die, es, die Feinde können auch nicht von rechts oder von links oder von hinten kommen, also. Die können bloß über die eine Straße da hinten kommen, über die da. Überall, Ding, oder? Also, die müssen gehen. Es ist egal, ob es mir nicht mehr geht. Das bedeutet, dass es mir nicht mehr geht. Mach ich. Also, geh über die Straße. Okay. Okay. Jetzt gibt mir Ehren... Auftrag... ...dass ich Ghule töten muss. Und... Ja, ich war schon da. Okay. Also, ich muss jetzt erst die Ghule töten, dass er mir weiterhilft. Okay. Das ist schon mal klar, ne? Äh, Flieger, grüß mir die Sonne. Aha. Ich mach erst... Mach ich erst das da? Ist das optional auch dabei? Also, ich glaub, das ist...